So, willkommen zurück. Ja, ich bin der Raphael, neben mir sitzt der Alex, wir spielen Gothic. Ihr habt Kaffee jetzt vielleicht ausgetrunken. Ja, nach dieser Woche Pause. Gestärkt. Wie lange auch immer die Pause ist. Ah, jetzt wäre ich beinahe hier. Um Gottes Willen, ja. Ihm in die Arme gelaufen. Wir sind auf dem Weg zur Sly. Ja, wir wollen ihm die schlechte Nachricht drüber bringen. Traurige Nachricht. Stand hier nicht noch jemand, der auch auf der Suche nach diesem Gardisten war? Er hat seine Schicht übernommen, aber wir können trotzdem mal hin. Ja, ich denke, da laufen wir doch gerade mal hin und sagen ihm, ja. Ich weiß nicht, ob... Du wirst diese Schicht für immer. Da freut er sich bestimmt. Besitzen. Wie auch immer. Ja. Ist er das schon? Nein, das ist ein Schatten. Und dann Buddha. Ich glaube, der steht direkt über der Arena da. Ja. Ja, ja. Ja. Das tut schon mal gut. Schatten? Ist er das da? Ich glaube, das ist er. Das wird er wohl sein. Ja. Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein. Taktvoll. Verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Skatty. Eine Menge Schulden. Jetzt wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Ja, hat er sich eigentlich nichts gebracht. Er ist da vorbei. So ein Ärger. Schade. Ja. Aber wenigstens so ein bisschen Leben in die Welt gebracht. Genau. Das ist ja eben, wir haben es bestimmt schon erwähnt, auch das Schöne an Gothic, diese in sich einfach stimmungsvolle Welt. Man sieht, da wäscht sich einer den Kopf, da kocht einer Essen, da gehen die Leute ihren Tageberg nach und das stimmt einfach alles. Es fühlt sich lebendig an. Das stimmt. Viele neue Spieler haben das irgendwie noch nicht mehr so dicht hinbekommen, wie es auch hier ist und wie es ja schon bei der Ultima-Reihe war. Und ja, ist eigentlich schade, dass sich da irgendwie, dass solche Kleinigkeiten oft etwas darunter leiden, wenn, naja, wenn der Fokus auf anderen Dingen liegt. So reden wir mit Sly. Bitte. Ich habe ein Eck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Tja, da geht es hin. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Schön. Das ist ja wunderbar. Herz aller Liebst. Ja, apropos Diego, da können wir auch mal kurz mit dem sprechen. Vielleicht hat der noch was zu sagen. Ja. Ansonsten werden wir dann gleich mal mit Torus sprechen. Ich glaube, der wird auch gute Nachrichten für uns haben. Ach. Ach, da ist er da. Der Diego. Hm, doch nicht wirklich was. Mal sehen. Ich frage ihn mal nach meinem Ansehen. Wie steht es mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluchsen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Tja, das klingt doch schon mal gut, aber... Das stand gerade in Stufe 5. Mach's gut. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, diese kleine Einblendung in der Mitte. Wollen wir trotzdem mal mit Torus reden? Weil wir haben, jetzt fehlen ja nur noch wenige Erfahrungspunkte bis Stufe 4. Vielleicht hat er noch was für uns. Ja, mal sehen. Wer weiß. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gommes-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Naja. Schade. Da haben wir nichts. Dann wollen wir das vielleicht doch mal mit der Arena probieren. Ich denke, wir probieren es mal... Wenn wir den ersten Arena-Kampf gewonnen haben, tatsächlich, wenn wir das schaffen, dann sollten wir ja genug Erfahrungspunkte haben, um die erste Schwertkampfstufe zu erlernen. Was natürlich dann im weiteren Verlauf... Also du meinst, unsere 6 Lernpunkte, die wir noch haben, reichen nicht... Ich würde vermuten, man braucht 10 für den Schwertkampf. Wir können natürlich mit dem Lehrer erst mal reden. Der müsste dann auch in der Nähe rumsitzen. In der Nähe der Arena? Ja. Also ich glaube, dann gleich rechts oder so sitzt dann einer auf der Bank. Ich glaube, gleich hier sogar, oder? Ich halte mich da lieber. Hier. Und dann einer der Hütten. Das ist das Problem, dass die so ein bisschen ihren eigenen Kopf haben. Wollen wir mal Scully fragen? Oder Scully oder wie er heißt? Ja. Ach, machen wir die? Genau. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken... Ah, er führt einen Tanz im Hintergrund auf. Sehr schön. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher und sich zuvor. Gehen hier im Tagewerk nach. Zum Beispiel so ein bisschen... Ja, abgehend. Wunderbar. Ja, das klingt doch super. Tja. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Weiß ja, der heißt ja Sketti und nicht Scully. Trainierst du auch Kämpfer, ne? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ach, wer hätte das gedacht. Zehn Lernpunkte. So ein Ärger. So ein Ärger. Aber, ähm... Wir sollten vielleicht mal das Spiel speichern und gucken, ob wir jemals Kampf herausfordern können. Ach, ich will... Ach, wetten. Wir wollen ja kämpfen. Wetten wollen wir nicht. Nein. Geld haben wir ja genug. Oder, na vielleicht kann man ja auf sich selbst wetten. Wollen wir da die Option mal probieren? Ja, loten wir das mal aus. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Schade. Ja, haben wir ja eine wertvolle Spielzeit verschwendet. Ja, aber wir können mal speichern. Und ich bin mir sicher, dass man einen dieser Zeitgenossen da auf jeden Fall herausfordern kann. Ja, der uns dann ordentlich vertrimmen wird. Ja, wer weiß. Ist das da jemand? Ja, der sieht aber stark aus. Der sieht schon relativ unangenehm aus. Vielleicht den Herrn hier. Lass mich mal vorbei. Ach. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Sowas. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich. Auf das alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Ein großartiger Sprecher. Wunderbar. Ja, leider kann man ihn... Geht zur Seite. Vielleicht sollten wir hätten ihn fragen sollen, was der Schläfer überhaupt ist, aber wir fragen mal den Herrn in der Arena. Aber der sieht auch schon sehr stark aus. Der sieht sehr stark aus. Na, wollen wir ihn trotzdem mal fragen. Ich glaube, ich fresse mir erstmal was an hier. Damit wir überhaupt eine Chance haben, jedenfalls theoretisch. Kirgo. Ja. Mhm. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Das klingt ja schon mal... So, wollen wir ihn mal herausfordern? Vielleicht nochmal kurz speichern und dann herausfordern, ja. Gut. Gut. Mal sehen, lassen wir uns mal platt machen. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Das kann ja nicht wahr sein. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. So eine faule Sau. Na, gib ihm doch mal das Bier. Nein. Ich will gegen dich kämpfen. Ja, wenn er das Bier gefangen hat, vielleicht ist er dann geschwächt. Ich bin bereit, wenn du es bist. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Der Kampf hat noch nicht begonnen. Du lernst schnell. Ja. So. Dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Das war ja mal. Das war ja schön. Ja. 113 Erzgestohn. Da laden wir doch mal. Oh, jetzt habe ich ein neues Spiel begonnen. Wunderbar. Wunderbar. Dann bricht es am besten ab. Ich sollte es ab. Vielleicht sollten wir ihm das Bier geben. Vielleicht bringt das was. Bist du der Meinung? Ja. Also. Wer weiß. Ja. Wir können zumindest die Option mal ausluten und wer weiß. Ausluten. Ausloten. Das ist ja schade. Ja, das war. Das läuft ja perfekt hier. Ich glaube, ich habe jetzt sogar schon die Option mit dem Bier abgelehnt. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Ach ne. Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lassen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier. Nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast zwei Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hier reingeworfen haben. Schade. Oh, Backstory. Na, was soll's. Hey, für zwei Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketti meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. So, haben wir zumindest dann schon mal wieder was gelernt. Du bist im Kampfmodus übrigens, glaube ich gerade. Bin ich. Oder du warst im Schleichmodus. Ich war im Schleichmodus, sowas. Ja, wir haben was gelernt. Dann wissen wir also, und es ist glaube ich so, aber wir haben ja eigentlich genug Anerkennung. Wir brauchen jetzt endlich Erfahrungspunkte. Von daher wäre es vielleicht das Intelligenteste, dass wir irgendwie in den Wald gehen und Wölfe jagen. Und Scavenger. Wölfe und Scavenger. Und Fleischschwanzen, die geben so viele Erfahrungspunkte. Ja, und sind so leicht umzuhauen. Ja, und sobald wir beim nächsten Level ab, können wir auch dann die Schwertstufe lernen. Mhm. Bei wem, bei wem? Ach ja, das war ja der Sketty. Genau. Gut. Jetzt dürfte ja eigentlich ein Kill sogar reichen mittlerweile. Wir haben jetzt glaube ich schon... Genau, ich glaube, wenn wir die beiden umgehauen haben, dann reicht es schon. Tja. Sehen wir uns doch mal an. Da wäre ich ja fast liegen gescheitert. Doch, noch nicht. Tja. Aber da findet man doch sicher noch was. Braucht man noch einen Kochlöffel, um das Fleisch zuzubereiten? Oder was braucht man, um dieses Fleisch zu... Ich glaube, man braucht nur das Lagerfeuer. Ah. Und er hält es dann einfach rüber, mit der bloßen Hand. Mit der bloßen Hand ins Feuer. Er ist nämlich ein Mann. Ja, also nach Land und Lef läufiger Meinung ist halt das, glaube ich, tatsächlich. Ja. Das ist ja generell auch... Bei Gothic sind Frauen eher rar. Ja, das stimmt. Die werden höchstens zu einem schönen Paket geschnürt, anfangs durch die Barriere geschickt und dann wahrscheinlich irgendwo im Schlafzimmerschrank der Herrschenden aufbewahrt. Ja, also wenn man dieses Spiel in einem Theaterwissenschaftsseminar verhandeln will, wird mir erst mal das Wort Genderfallen. Mein Lieblingswort. Ja, jetzt schaffe ich diese komischen Flattermänner dort. Du kannst doch mal speichern. Ich speichern auch mal, solange ich jetzt nicht einfach ein neues. Und ich glaube, sie geben 70 oder 75 Erfahrungspunkte, also sie sind schon knackiger. Sehr gut. Dann hoffe ich mal, dass sie das auch wert sind. Oh ja. Klingend solltest du sie vielleicht anvisieren, bevor du zuschreibst. Ja, ich hatte es versucht, aber da ist mir die Steuerung mal wieder zum Verhängnis geworden. Was heißt mal wieder? Zum ersten Mal zum Verhängnis geworden. Das ist ja nicht Assassin's Creed 2. Ja. Dann hätte ich auch schon längst angefangen, hier Gegenstände durch die Gegend... Da schreibt dich nicht mehr stehen. Ja, nicht mehr an diesem Ort wenigstens. Aber ich glaube, ich heile mich mal gerade hoch, bevor ich mir... Ich denke, wir werden noch gerade versuchen, das Level voll zu machen. Naja, nein, nein. Ah, das schaffen wir doch nicht mehr. Das wird nichts mehr, aber wenigstens den Scavenger können wir uns nicht schaffen. Die Varalen hinten, die werden wir, glaube ich, noch nicht schaffen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hm. Aber vielleicht kommen wir mittlerweile schon gegen einzelne Goblins an, die ja über der Brücke lauern. Ja, die wir versuchen werden, einzeln heranzulocken. Richtig. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ne, macht euch noch einen Kaffee. Habt viel Spaß in den nächsten Tagen. Bis dann. Tschüss. Comic Sans. Comic Sans.